hallo und herzlich willkommen zurück bei einsatzleiter webber ja in der letzten folge wurde ich fast entlassen leider eine person verstorben ich habe den einsatz noch mal gespielt weil ich gedacht hab komm dann machen wir außerhalb des videos weil wenn du den einmal komplett gesehen hast dann weißt du was du machen musst und dann läuft es easy also ich hab dann easy gold gemacht wir werden jetzt heute die nächste den nächsten tag spielen in hamburg schauen wir mal was uns heute erwartet hamburg hamburg war ich auch schon persönlich also ich komme nicht aus hamburg das hört man aber auch aber ich war schon in hamburg unter anderem im könig der löwen auch auf der reberbahn unterwegs kennt man also so erwarten wir mal was uns heute aber Achtung uns wurde berichtet dass eine person eine zeitbombe gelegt hat der täter ist bewaffnet und gilt als gefährlich in ordnung entschärfen sie die bombe behaften sie den bomben leger sofort sollte die bombe explodieren bevor sie sie entschärfen können dann kümmern sie sich um die folgeschäden alles klar auch alles weiß ich jetzt schon ja gut also die normalen standard einsätze die sind ja alle relativ naja die gehen relativ zügig sagen wir mal so zügig wie das spiel sehr gibt erwarte befehle alles klar erwarte befehle wird erledigt in ordnung achtung eine einsatzkraft wird angegriffen wird erledigt in ordnung erwarte befehle aussteigen bin bereit okay die bombe wird entschärft hoffe ich doch bin dabei bin bereit alles klar ja bin dabei ihr könnt alle schildern zurück und schon wieder hin Ja, ist im Prinzip immer gleich. Niederschießen, Sanitäter, abholen, Abfahrt. Und dann ist der erste Auftrag schon erledigt. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt die Löschboote und sowas auch brauche, außerhalb von den großen Einsätzen. Erwarte Befehle. In Ordnung. Ja? Und zurück. Verstanden. Die rücken jetzt normalerweise automatisch. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Sehr gut. Gas. Normalerweise nach dem ersten Auftrag kommen dann die neuen Fahrzeuge. Mannschaftstransportwagen, Polizeihelikopter, SEK-Helikopter. Ach du Scheiße. Also es geht voll auf Polizei. Ich predikte mal eine Massenschlägerei oder ein Schusswechsel irgendwo, irgendwas. G7-Gipfel, keine Ahnung. Ein Schaltkasten im Einsatzgebiet hat einen schweren technischen Defekt. Personen, die sich ihm nähern, könnten einen starken elektrischen Schlag erleiden. Reparieren Sie den Schaltkasten so schnell wie möglich und kümmern Sie sich, wenn nötig, um alle verletzten Personen. Schon unterwegs. Gibt Gummi an, Flummi, mein Freund. Alles klar. Alles klar. Ja, also diese kleinen, normalen Einsätze, die machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. Jawohl. Ja. Achtung. Aus ungeklärten Gründen ist ein Schiff in Brand geraten. Mehrere Besatzungsmitglieder haben sich durch einen Sprung ins Wasser gerettet und befinden sich nun in Gefahr zu ertränken. Löschen Sie alle Brände und retten Sie alle Besatzungsmitglieder. Wo kann man Boot an Land lassen? Irgendwo muss ich mein Boot zu Wasser lassen können. Wird erledigt. Okay. Ach Gott, das ist ganz schön weit weg. Achtung. Eine offenbar betrunkene Person randaliert auf offener Straße und greift Passanten an. Jawohl. Verhaften Sie den Täter und transportieren Sie ihn ab. Kümmern Sie sich um alle etwaigen Opfer. So, das läuft. Wo ist mein... Unterwegs. Polizei. Wir sollten nur im äußersten Notfall Waffengewalt einsetzen. Kein Problem. Es dauert ewig. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Oh mein Gott, Alter. Wird gemacht. Wird erledigt. Bin bereit. Bin dabei. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Jawohl. Was gibt's? Erwarte Befehle. In Ordnung. Was gibt's? Ist in Arbeit. Jawohl. Höre. Ja, das ist also... Richtiger Bullshit-Einsatz. Höre. Ist in Arbeit. Sterben halt welche dieses Mal. Das ist mega... Ja. Erwarte Befehle. Bin bereit. Ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Höre. Kein Problem. Bin bereit. Sofort. Wird erledigt. Der Streifenwagen bringt den Gefangenen zu den Arreststellen in der Basis. Wird erledigt. Zu Befehl. Schütteln wir mal in der Liste hin. Ja. Verstanden. Alles klar. Ja. In Ordnung. Höre. Zu Befehl. Okay. Wird erledigt. Was geht's? Wird erledigt. Wird erledigt. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Wo ist das Boot? Sofort. Ja. Alles klar. Ja. Ist in Arbeit. Tja. Ich brauch noch einen Rettungstransportwagen. Sonst geht nix. Alter ist das schon wieder ein scheiß Einsatz ey. Also Leute. Solche Einsätze mag ich nicht. Wenn ich alle Einheiten schon im Einsatz hab. Erwarte Befehle. Bin dabei. Wird erledigt. Ja. Okay. Höre. Zu Befehl. Ja. Wird gemacht. Bin bereit. Erwarte Befehle. Und dann Gruppen oder Trupps mehrfachbrauch. Das ist scheiße einfach. Ist in Arbeit. Der liegt jetzt da und wartet auf den Rettungstransportwagen. Was gibt's? Ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Was gibt's? Alles klar. Ja. Sofort. Bin dabei. Könnt alle abrücken. Kein Problem. Ja. Sofort. Aber es war ja fast klar. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Höre. Wird gemacht. Höre. Zu Befehl. Können alle abrücken. Der ist auch unterwegs. So. Alles klar. Meiner. Zwei. Jetzt fängt er an zu pissen oder was. Notruf. Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen Sie sie. Wenn nötig, transportieren Sie sie ab. Machen wir. Und dann kommt wieder so was easy, easy going. Bin bereit. Ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Da muss ich da kurz weg. Verkehrsunfall. Fahrzeuge sind zusammengestoßen. Retten Sie die Fahrer aus den Unfallfahrzeugen, versorgen Sie alle Opfer und schleppen Sie die Unfallfahrzeuge ab. Prüfen Sie darüber hinaus anhand Ihrer Aufgabenliste, was sonst noch zu tun ist. Jawohl. Wird gemacht. In Ordnung. Bin dabei. Erwarte Befehle. Was gibt's? Hier fährt jetzt dann noch gar niemand mehr durch. Ja. Bin bereit. Erwarte Befehle. In Ordnung. Zu Befehl. Höre. Wird gemacht. Kein Problem. Eine Person ist zusammengebrochen. Bin bereit. Zu Befehl. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Bin bereit. Ist in Arbeit. Bin bereit. Zu Befehl. Sofort. Ja. Gut gemacht. In Ordnung. Wird erledigt. Ja. Bin dabei. Bin bereit. Bin dabei. Was gibt's? Jawohl. Zu Befehl. Bin bereit. Jawohl. Erwarte Befehle. Sofort. Erwarte Befehle. Ich stehe vorher da tatsächlich. Was gibt's? So. Bin dabei. Okay. Ja. Bin dabei. Also Rettungsdienst hat heute... Höre. Kein Problem. Scheiße. Ist der heute ewig. Jawohl. Ja. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Kein Problem. Kein Problem. Okay. Was geht's? Erwarte Befehle. Kein Problem. Ja. Kein Problem. Jetzt hat man genauso lange gebraucht. In Ordnung. Na egal. Was geht's? Kann der da mithelfen? Der kann doch nicht. Also Abfahrt. Verstanden. Was gibt's? Wird erledigt. Ja. Kein Problem. Ja. Zu Befehl. Abschleppfahrzeug. Sofort. Bin dabei. Der Rettungs-Transportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Ja. Sofort. Was gibt's? Bin dabei. Ja. Wird erledigt. Höre. Ist in Arbeit. Ja. Wird erledigt. So. Zweiter Abschlepper. In Ordnung. Wird erledigt. Bin bereit. In Ordnung. Höre. Da rein. Bin dabei. In Ordnung. Okay. Was machen sie denn eigentlich? Verstanden. Also manchmal... Was gibt's? Der Rettungs-Transportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Jetzt kommt der zweite Abschlepper noch. Da ist das auch erledigt. Wir haben jetzt den Hubschrauber. Jetzt kommt noch der SEK-Hubschrauber. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Wie lange braucht der zweite Abschlepper? Wieder drei Stunden. Das kann ich euch als Feuerwehrmann sagen. Das ist manchmal nervig, wenn du ewig dann am Einsatzort bleiben musst, weil man auf den Abschlepper wartet. Und durch die Straßenlaterne durch ist egal. Fehlt nur noch der SEK-Helikopter. So, jetzt können wir wieder vorspulen. Achtung. Uns wurde berichtet, dass eine Person eine Zeitbombe gelegt hat. Der Täter ist bewaffnet und gilt als gefährlich. Entschärfen Sie die Bombe. Wird erledigt. Das ist genau das gleiche wie vorhin. Kein Problem. Wenn Sie sich um alle Folgeschäden schärfen können, dann kümmern Sie sich um alle Folgeschäden. Okay. Ja. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Eine Einsatzkraft ist angegriffen. Alles klar. Höre. Jawohl. Alles klar. Höre. In Ordnung. Okay. Ja. Wird gemacht. Wird gemacht. Kein Problem. Was gibt's? Sofort. Erwarte Befehle. Bin dabei. Erwarte Befehle. Verstanden. Höre. Bin dabei. Erwarte Befehle. Jawohl. Jawohl. So, das war jetzt im Schnellverfahren erledigt. Gebäudebrand. Ursache unbekannt. Es befinden sich noch Personen im brennenden Gebäude. Retten Sie sich. Verstanden. Lösen Sie alle Brände. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände. Ist in Arbeit. Und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Achtung. Bin dabei. Ein Person befindet sich auf dem Balkon des brennenden Gebäudes in Gefahr. Wir sollten so schnell wie möglich das Drehleiterfahrzeug einsetzen, um sie in Sicherheit zu bringen. Verstanden. Bin dabei. In Ordnung. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Ein Arbeiter wurde beim Verladen von Containern im Hafen verletzt. Versorgen Sie die verletzte Person und transportieren Sie sie ab. Kein Problem. Ja. Jawohl. Okay. Höre. Ist in Arbeit. Verstanden. Bin bereit. Was gibt's? Bin dabei. Erwarte Befehle. Sofort. Höre. Sofort. Höre. Wird erledigt. Bin bereit. Alles klar. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Bin dabei. Sofort. Ja. Ist in Arbeit. Höre. Zu Befehl. Zu Befehl. Erwarte Befehle. Kein Problem. Bin bereit. In Ordnung. Was gibt's? Alles klar. Aus ungeklärten Gründen ist ein Schiff in Brand geraten. Mehrere Besatzungsmitglieder haben sich mit einem Sprung ins Wasser gerettet und befinden sich nun in Gefahr zu ertränken. Verstanden. Löschen Sie alle Brände und retten Sie alle Besatzungsmitglieder. Kein Problem. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Bin dabei. Es sind auch wieder zwei Opfer. Die fahren alle nach Hause. Die auch. Okay. Ich denke danach haben wir es der letzte Einsatz. Vorm Großen. Ja gut. Schiffsbrand. Was soll ich machen? Ich sehe das selber wie langsam die sind. Ab geht's. Auf geht's. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Erwarte Befehle. Boah. Jetzt sind wir noch ein Brandausbruch. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ähm. Dahin. Alles klar. Äh. Tanklöschfahrzeug. Wie bei dem Einer in. Alles klar. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Okay. Bin dabei. Auf geht's. Zwei Rettungstranschfahrt irgendwo hin. Wird erledigt. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Was gibt's? Die Nudatze raus. Erwarte Befehle. Okay. In Ordnung. Ja. Kein Problem. Was gibt's? Jawohl. Wird erledigt. Ja. Sofort. Alles klar. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Jawohl. Bin dabei. Ist in Arbeit. Höre. Wird erledigt. Erwarte Befehle. Okay. Alles schon mal zurück ins HQ, was geht. Erwarte Befehle. Ja, da brauchen wir noch dich. Höre. Na ja, Hammer. Ja? Verstanden. Wo ist der zweite Notarzt? Höre. Da. Alles klar. Bin bereit. In Ordnung. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Bist in Arbeit. Höre. Zu Befehl. Erwarte Befehle. Okay. So. Kaufen. Jetzt kommt er. Ach du Scheiße. Wie ich's gewusst hab. Es wird jetzt eine Riesenschießerei geben. Befürchte ich. Sag ich doch. Die Herde Devils. Auf der Hamburger Reeperbahn gibt es eine Schießerei zwischen zwei verfeindeten Gangs. Die Gangster haben sich hinter Fahrzeugen verschanzt und befinden sich in einem Feuergefecht. Es gibt Verletzte. Brände sind ausgebrochen. Beenden Sie die Schießerei, indem Sie alle Gangster festnehmen und abtransportieren. Versorgen Sie alle Verletzten und löschen Sie die Brände, bevor sie sich in Stadtinnere ausbreiten. Ja. Pff. Ihr seid witzig. Also jetzt aufgepasst. Sofort. So. SCK-Helikopter. Mein Schachtstransportwagen. Normaler Streifenwagen brauchen wir, glaube ich, nicht. Wird gemacht. Alles klar. Sofort. Bin dabei. Zu befehlen. Kein Problem. Bin dabei. Alles schon mal holen. Bin dabei. So. Okay. Auf geht's. Der Polizei-Helikopter sollte ja der Schnellste sein, ne? In Ordnung. Was gibt's? Zu befehlen. Er ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Höre. Erwarte Befehle. Achtung. Eine einzelne Kraft wird angegriffen. Alles klar. Wir sollten Schusswaffen nur sehr restriktiv einsetzen. Unsere SEK-Spezialisten können... ...gängster effektiver festnehmen und abtransportieren, wenn sie Blendgranaten einsetzen. Ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Wird gemacht. Höre. In Ordnung. Ja. Bin bereit. Wird erledigt. Ist in Arbeit. Bin bereit. Okay. Ich schieße alle, tut mir egal. Höre. Sofort. Bin dabei. Ja. Okay. Verstanden. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Höre. Bin dabei. Ist in Arbeit. Ja. Erwarte Befehle. Was gibt's? Was gibt's? Jawohl. Bin bereit. Kein Problem. Höre. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Jetzt wir haben so viele Opfer. Ja. Okay. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Das überleben die nicht. Nämmer als. Wird erledigt. Das sind immer viel zu wenig Notärzte. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Alles klar. Ja. Okay. Höre. Höre. Okay. Bin bereit. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Jawohl. Wird erledigt. Erwarte Befehle. Was gibt's? Ja. Wird gemacht. Ist in Arbeit. Ja. Ist in Arbeit. Und der da durch irgendwie? Ja. Weg. Bin bereit. Jawohl. Was gibt's? Sofort. Ja. Okay. Ja. Ist in Arbeit. Ja. Sofort. Wird erledigt. Bin bereit. Bin bereit. Kein Problem. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Ja. Die müssen jetzt relativ zügig einladen und ab. Was geht's? Bin dabei. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Erwarte Befehle. In Ordnung. Was gibt's? Zu Befehl. Kein Problem. Ist in Arbeit. Was gibt's? Alles klar. Bin bereit. Okay. Wird erledigt. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Die müssen jetzt abrücken und dann müsste ich sie gleich wiederholen, sobald ich kann. Bin bereit. Wird erledigt. Sobald ich kann. Alter, das ist ja abartig hier. Zumindest sterben sie dann, glaube ich, nicht mehr weg. Würde ich jetzt mal behaupten. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Wird gemacht. Verstanden. Sofort. Jawohl. Wird erledigt. So, jetzt haben wir den nächsten Rettungstransportwagen. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Gucken, ob alle überleben. Bin gespannt. So, jetzt haben wir den nächsten Rettungstransportwagen. Das war's. Höre. Verstanden. Höre. Bin dabei. Jawohl. Zu Befehl. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Wird gemacht. Bin bereit. Wird gemacht. Ja. In Ordnung. Höre. Der kümmert sich jetzt um den letzten. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. So, wo ist der Nächste? So, wo ist der Nächste? Bin bereit. Warte mal hier an die Seite so ein bisschen. Ja. Sofort. Höre. Kein Problem. Der Notarzt bleibt. Den einen Kamerl abhalten lassen. Erwarte Befehle. So, dann holen wir den nächsten Abschlepper. Sofort. Verstanden. Soll ich das Auto abschleppen nebenher? Rettungstransportwagen kommt jetzt einer von oben. Tja, jetzt muss ich halt auf den Rettungsdienst warten. Das ist genau das Problem. Erwarte Befehle. Geh du mal davor, dass ich dich sehe. Was geht's? Zu Befehl. Sofort. Ja? Jawohl. Bin bereit. Wird gemacht. Auf geht's. Abfahrt. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Dann kann er abrücken. Den einen Notarzt behalte ich mal hier, weil ich weiß nicht, ob ich da irgendwann wieder einschreiten muss. Sofort. Verstanden. Das ist okay, schaffst du noch so einen Weg. Das bauen wir nämlich eigentlich gar nicht, aber ist egal. So, die nächsten zwei Rettungswegen sind unterwegs. Wir haben aber auch keinen Rettungshubschrauber oder sowas. Das fehlt mir noch. Banden, krieg ich euch so einen Quatsch. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen, um uns zu platzieren. Höre. Alles klar. Bin bereit. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Verstanden. Höre. Okay. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. In Ordnung. Erwarte Befehle. Sofort. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ja. Jawohl. Wird gemacht. So, jetzt kommt nochmal ein Rettungstransporter. Höre. Zu Befehl. Auf geht's. Und aussteigen. Kein Problem. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Alles klar. So, jetzt muss ich wieder warten, bis ich Rettungstransportwagen... Puh, ist das Scheiße, ey. Ja, gut, das hätte ich anders lösen müssen. Das haben wir ja jetzt erfahren mit Blendgranaten. Aber egal. Hätte ich da hinten irgendwo landen müssen und dann von hinten dran... Egal. Okay. Also, Polizeieinsätze sind jetzt nicht unbedingt mein Special. Alles klar. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Sofort. Die zwei kommen jetzt. Der Abschlepper müsste eigentlich auch unterwegs sein. Verstanden. Verstanden. Ach, der Drücker. In Ordnung. Kommt der Abschlepper. Der holt jetzt den ab. So. Jetzt fehlt mir noch die zwei Rettungsdienste und dann haben wir's. Das wird aber kein Gold werden. Bin bereit. Definitiv nicht, glaube ich. Wird erledigt. Bin bereit. Verstanden. Ja. Kein Problem. Zu Befehl. Zu Befehl. Zu Befehl. Zu Befehl. Ja. Zu Befehl. So, komm. Bisschen mit Gas jetzt. Höre. Bin dabei. Erwarte Befehle. Verstanden. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Dann sollten wir eigentlich alles erledigt haben. Also die Autos hätte man gar nicht abschleppen müssen. Na egal. Haben wir auch noch gemacht. Da haben wir sogar noch einen Bonus gemacht. Aber, ein Satz erfolgreich abgeschlossen. Ein Tipp. Versuchen Sie immer den Überblick über alle Verletzten am Unfallort zu fangen. Immerhin eine Silbermedaille, Leute. Wo ist die Gefahr geringer, dass einer der Verletzten stirbt? Besser wie nix, oder? Würde ich sagen, ein ganz erfolgreicher Tag. Also zwischendurch war es ziemlich anstrengend. Vor allem mit diesem Löschboot-Scheißdreck. Und Motorboot, das dauert ewig und drei Tage. Bandenkrieg, gut. Wie gesagt, Polizei ist jetzt nicht so mein Fachgebiet. Ich habe mein Bestes gegeben. Wir haben halt alle niedergeschossen. So ist es halt. Das nächste Mal schauen wir mal, ob wir noch in Hamburg bleiben. Oder ob wir schon in die nächste Stadt gehen. Dann wünsche ich euch vielen Dank fürs Reinschalten. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen. Lasst gerne Like, Abo, Kommentar da. Ihr wisst Bescheid. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Euer Einsatzleiter bei Bar. Bye, bye.